Smarter Spion in jedem Haushalt Nicht nur das Auto und das Smartphone, sondern auch immer mehr technische Haushaltsgeräte wie Backöfen, Geschirrspüler und Ventilatoren werden mit Mikrofonen ausgestattet und lassen sich per Sprachsteuerung bedienen. Das klingt komfortabel. Es geht bei dieser technischen Erneuerung aber nicht, wie vordergründig beworben, nur um mehr Bequemlichkeit. Das ist gleichsam nur ein Köder. Denn Ziel ist, alles digital miteinander zu vernetzen und so viele Daten wie möglich von jedem einzelnen Menschen in einer biometrischen Datenbank zu sammeln. Darin enthalten sind biologische Messwerte oder physische Merkmale, das meint äußere Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensstrukturen, die der Identifizierung von Personen dienen. So holt sich der Verbraucher die Spionin selbst ins Haus und schafft sein eigenes, lückenloses Überwachungs- und Steuerungssystem. Ist das Aufgeben der Freiheit nicht ein zu großes Opfer für ein bisschen mehr Bequemlichkeit? Gut, gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020